Guten Tag, ich habe heute ein Special Effects Video für euch mit einem Special Guest, also diesmal nicht an mir, sondern an einem männlichen Wesen, welcher nicht ganz erkannt werden darf, was glaube ich auch gut so ist, weil ansonsten würdet ihr euch alle genauso in ihn verlieben wie ich. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir legen jetzt gleich mal los, denn die Stellung ist ziemlich unbequem und außerdem juckt es mich in den Fingern. Okay, los geht es auch schon. Wir fangen am Anfang gleich an, uns die Umrisse vorzuzeichnen für die Wunde. Damit kriegt ihr einfach einen besseren Überblick darüber, wie das Ganze später aussehen wird, wie groß das Ganze ist und wie es sich halt einfach im Gesamtbild einfügt. Das kann ja sein, gerade wenn ihr das zu Halloween machen wollt, dass ihr noch etwas anderes dazu machen würdet. Weiter geht es jetzt mit einer Lage Latex, die wir erstmal grundlegend auf die Haut aufbringen. Ihr solltet die sehr großzügig verteilen, denn wir arbeiten heute mit Watte. Und Watte saugt sich sehr schnell voll und das ist, wenn ihr nicht genug Latex benutzt, ziemlich schwer damit zu arbeiten. Generell ist Watte eine sehr fisslige Angelegenheit und ihr solltet das vorher mal ausprobieren, bevor es in die heiße Phase geht. Jetzt zerreiße ich die Watte und ich lege die auf die Haut auf und ich nehme jetzt viel Latex und trage das Ganze auf die Watte auf. Ihr werdet jetzt sehen, dass das Ganze am Schwamm kleben bleibt. Ihr habt also erstmal zu tun, damit die Watte generell auf die Haut aufzudrücken. Wenn ihr das allerdings geschafft habt, dann ist es sehr einfach, damit zu arbeiten und ihr könnt die Übergänge zur Haut sehr, sehr gut und präzise arbeiten. Das ist sehr wichtig einfach dafür, dass es realistisch aussieht. Ich gehe hier über die Übergänge auch mit sehr viel Latex drüber, einfach um den Übergang zur Haut besser zu gestalten. Diese unordentliche Textur der Watte machen wir uns allerdings zunutze, denn genau das ist ja eigentlich charakteristisch für eine starke Verbrennung. Denn diese ganzen kleinen Hügelchen und Fältchen, die entstehen durch die Watte, geben einfach eine sehr gute Textur für eine klassische Verbrennung zweiten bis dritten Grades. Ich mache hier einfach weiter damit, die Watte aufzulegen. Ich kümmere mich dabei nicht darum, dass es ordentlich aussieht, denn das soll es ja gar nicht. Und am Ende, wenn das Ganze fast fertig ist, dann sieht es so aus. Das Ganze muss jetzt erstmal noch eine Runde trocknen. Ich habe hier bestimmt eine Viertelstunde gewartet, ehe das Ganze vollständig trocken war. Es sollte auf jeden Fall genug Fältchen haben, damit ihr danach gut damit arbeiten könnt. Wenn es vollständig getrocknet ist, dann pudere ich es ab, einfach um den ganz wegzunehmen und zu verhindern, dass das Latex dann selber an sich kleben bleibt. Wenn ich jetzt hier nämlich mit meiner Pinzette und mit meiner Schere und mit meinen Fingern kleine Löcherchen und Fältchen in das Latex hinein arbeite. Genau, ich gestalte das Ganze also noch ein bisschen wüster. Das ist einfach wichtig, damit die Verbrennung nachher genug Textur hat, um echt zu wirken. Entschuldigung übrigens dafür, dass meine Haare hier laufend in der Kamera hingen. Benutzt auch eure Finger. Wie gesagt, es kommt hier nicht auf Symmetrie an und auch nicht auf Schönheit. Denn das Ganze soll, wie gesagt, wüst aussehen. Weiter geht es dann hier mit der Farbe. Es geht hier vor allem darum, dem Latex diese weiße Schicht bzw. diese weiße Eigenfarbe abzunehmen. Gerade um die Übergänge herum ist es wichtig, dass ihr dafür viel Farbe hineinbringt, damit das Ganze eben am Ende natürlich aussieht. Und dafür ist eben meiner Meinung nach orangeer Charakter gut geeignet. Ich benutze das immer. Ich mache das seit einer Weile schon so. Und bin damit eigentlich immer sehr gut gefahren, denn es verhindert einfach, dass der Übergang zu harsch wirkt. Jetzt gehe ich hier mit einer Foundation drüber. Das ist das Mayron Liquid Makeup in Hell, glaube ich. Ich schreibe es euch nochmal genau in die Infobox, falls ihr das wissen möchtet. Auf jeden Fall ist es ein Mayron Liquid Makeup. Und ich benutze den Bufferpinsel dafür einfach, damit ich in die ganzen kleinen Fältchen reinkomme, damit die Wunde einfach einheitlich aussieht. Erstmal, damit ich eine schöne blanke Basis habe, um darauf gut arbeiten zu können. Und ich verblende hier eben auch den Korrekter damit. Aber ihr seht, der Übergang ist eigentlich kaum zu erkennen dank der orangen Farbe. Ich gehe jetzt hier aber trotzdem nochmal mit ein bisschen Concealer über die Ecken, wo man es eben doch noch ein bisschen erkennen kann. Ich achte dabei darauf, dass der Concealer ein bisschen dunkler ist als der normale Hautton meines Models. Einfach, um, wie gesagt, diese weiße Farbe unter der Foundation noch ein bisschen mehr zu verstecken. Genau, jetzt nehme ich so dunkle rosa Brauntöne, um ein bisschen Tiefe in die Verbrennung hinein zu zaubern. Ihr müsst bei Verbrennung allerdings darauf achten, dass nicht die tiefsten Stellen in der Wunde eben dunkel sind, sondern die höchsten, weil die eben am nächsten am Feuer sind, logischerweise. Ich bemühe mich hier einfach darum, der Wunde ein bisschen Textur und ein bisschen Farbe zu geben. Ich habe hier keine bestimmte Struktur. Macht das einfach nach eurem Empfinden. Und, ähm, ich plane hier auch nichts voraus. Ich mache das einfach alles so spontan. Ich nehme jetzt rotes Puder, das ist einfach ein Rouge, um damit eigentlich eine allgemeine Irritation zu erzeugen. Das ist wichtig einfach, wie ich gerade eben schon sagte, damit das Ganze einfach mal eine generelle Farbe bekommt, damit das nicht so einheitlich aussieht. Und damit man eben den Unterschied von der gesunden Haut zur verbrannten Haut sieht. Eine richtige Verbrennung, also eine schwere Verbrennung, ist weniger rot, dafür aber eigentlich mehr braun und schwarz, einfach, weil die Haut ja zersetzt wird. Das Rote stellt die Durchblutung dar, die Entzündung. Ähm, achtet einfach darauf. Und macht nicht alles grundsätzlich rot, sondern eben nur ein paar, ähm, Punkte, wo ihr sagt, ja, das sieht gut aus am Ende, das will ich so. Und achtet darauf, dass ihr nicht zu viel am Rand der Wunde auftragt. Genau, jetzt gehe ich hier mit Melkfett drüber und das ab, das mache ich einfach auf dem Schwamm und später gehe ich auch noch mit dem Pinsel direkt rein. Das Melkfett, ihr könntet auch Vaseline nehmen, ist einfach dazu da, um den charakteristischen Galanz einer Verbrennung, ähm, in die Wunde hinein zu zaubern. Sondern das ist eben, wie ich schon sagte, wichtig und typisch für eine schwere Verbrennung. Ja, jetzt gehe ich hier, wie gesagt, mit dem Pinsel nochmal rein und mache hier ein paar Stellen besonders glänzend. Das sind die, wo die Verbrennung auch am schwersten später sein wird. Und über das Melkfett habe ich jetzt noch ein bisschen Kunstblut mit dem Schwamm getupft, aber das ist weniger, um es blutend aussehen zu lassen, als einfach, um die Rötung hervorzuheben. Jetzt nehme ich schwarzen Lidschatten und, ähm, mache das einfach auf die höchsten Punkte der Verbrennung. Und das ganze Schwarze sollte jetzt nicht überhand nehmen, denn dann wirkt das Ganze irgendwie unausbalanciert und es sieht dann am Ende auch einfach nicht mehr gut aus. Genau, macht, nehmt nicht zu viel Kunstblut, es soll nicht zu rot sein, nicht zu viel schwarz. Aber dann sind wir hier auch schon fertig, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könntet was daraus mitnehmen. Wann auch immer ihr vorhabt, eine Verbrennung zu schminken, ich hoffe, es hat euch eben was gebracht. Für heute sind wir hier jedenfalls fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.